hallo und herzlich willkommen bei gemtek heute ein schnelles unboxing video von meinem neuen iphone 12 pro max das alte normale 12 pro habe ich verkauft um das hier zu kaufen in der farbe pazifik blau mit 128 gb und wir packen es ganz schnell aus und ich kann nur dazu eins sagen ein ausführliches review wird auf jeden fall geben aufgrund der neuen kamera und der größten linsen wie ihr wisst und ich bin echt gespannt wie sieht das ganze dann auch macht hier die farbe noch mal wirklich sehr schön 6,7 zoll wie ihr wisst sehr groß aber auch sehr schön dazu aber gleich noch mal boxinhalt dann halt ein usbc auf lightning kabel und das übliche bei den ganzen papieren und so weiter der stecker für den sim kartens laut und ein sticker wie ich dann auch vermute so wie bei den anderen iphones auch das ist auch der boxinhalt der rest ist ja nicht mehr da wie ihr wisst und ich bin echt gespannt auf ja auf den leider scanner quasi wie sich das dann auch ganze mit der kamera macht und da noch mal die beschreibung welche tasten dort sind da das glänzende blau und die matte rückseite wirklich sehr schön wow und da die neuen linsen hoffe es hat euch gefallen abonniert meinen kanal und aktiviert die glocke bis zum nächsten mal euer jamtek bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal Bis zum nächsten Mal.